Was soll denn das, Eva? Du verabschließt dich einfach aus der Schule und vergisst es mir zu sagen? Ich blicke von der Registrierkasse auf, wo ich gerade einen Verkauf eintippe und sehe hinter meiner verdrossenen, reich pikiert wirkenden Kundin mal stehen. Ich werfe ihm meinen überzeugendsten Nicht-Jetzt-Blick zu, während ich ihre Kreditkarte belaste, Bücher und Meditations-CDs in violettes Papier einwickele, das Ganze in eine ebenfalls violette Tüte stecke und mich von ihr verabschiede. Toll gemacht, sage ich nickend, wobei meine Worte mit der Türglocke konkurrieren, die hart gegen den Türrahmen scheppert, als die Frau den Laden verlässt. Die sehen wir hier garantiert so schnell nicht wieder. Miles macht eine abwertende Handbewegung und zuckt die Achseln. Egal, glaub mir, ich habe was wesentlich Wichtigeres zu besprechen, als Jutes Kontestand. Ja, was denn? Ich topfe den Kassenzettel in die violette Schachtel, in der wir sie aufheben, und spüre dabei die ganze Zeit Miles Blick schwer auf mir Lasten, während er abwartet, dass ich es registriere, damit er mit dem wahren Grund für seinen Besuch herausrücken kann. Tja, du zum Beispiel. Er sieht mir zu, wie ich mich auf den Hocker setze und die Arme verschränke. Sorgsam darauf bedacht, eine neutrale Miene zu wahren, als wäre ich überhaupt nicht neugierig oder besorgt. Als würde ich einfach nur geduldig darauf warten, dass er fortfährt. Abgesehen vom allerersten Tag habe ich dich nie wieder in der Schule gesehen. Das heißt, dass du nicht mehr zur Schule gegangen bist, denn ich habe nämlich zufälligerweise Ausschau nach dir gehalten. Habe vor deinen Klassenräumen gewartet, neben deinem Spind und am Lunchtisch. Aber nichts, nothing, niente, woraus ich schließe, dass du nicht da warst. Ich zucke die Achseln, weder bereit, es zu bestätigen, noch es zu leugnen. Zumindest noch nicht gleich. Zuerst muss ich sehen, wie massiv er seine Anklage gegen mich zu gestalten gedenkt. Und auch wenn du jetzt wahrscheinlich behaupten wirst, deine Gründe zu haben, und dass deine anhaltende Abwesenheit dein XXL-Sommer, wenn du so willst, mich im Grunde nichts angeht, möchte ich dir sagen, dass du dich da irrst. Es geht mich durchaus etwas an. Ja, es geht mich sogar sehr viel an. Denn als dein Freund, als einer deiner allerbesten Freunde, bin ich gekommen, um dir zu sagen, dass dein unerklärliches Nichterscheinen nicht nur mir etwas ausmacht, sondern uns allen, sogar den Leuten, die du nicht als deine Freunde betrachtest. Ob du es glaubst oder nicht, es macht auch denen etwas aus. Ich erwidere nichts, da ich keine Ahnung habe, was ich sagen soll. Und außerdem ist der richtige Moment dafür noch nicht gekommen. Malz liebt nichts mehr als einen ausgedehnten Monolog. Und so wie es aussieht, ist dieser hier noch nicht einmal annähernd an seinem Ende angelangt. Also, Leute wie ich und Damon und, naja, Heaven vielleicht nicht mehr so sehr, aber egal, dazu kommen wir später. Was ich sagen will ist, dass es irgendwie danach aussieht, als ob du... Er hält inne, die Damen in die Gürtelschlafen seiner Jeans geklemmt, während er sich umsieht, als würde er in dem Raum nach dem richtigen Wort suchen. Schließlich sieht er wieder mich an. Es ist, als würdest du uns total ignorieren. Als hättest du uns abgeschrieben. Als hättest du komplett aufgehört, dich für uns zu interessieren. Malz, beginne ich und presse die Lippen aufeinander, während ich über die beste Formulierung grüble, um einen Satz fortzusetzen. Hör mal, ich verstehe schon, was du meinst, ganz ehrlich. Und ich begreife auch, warum du es so siehst. Aber glaub mir, es steckt eine ganze Menge mehr dahinter, als du ahnst. Viel mehr, als du dir je träumen lassen würdest. Also im Ernst, wenn ich dir erzählen würde, was in Wahrheit hinter allem steckt. Ich schließe die Augen und schüttle den Kopf, da ich es die Hälfte der Zeit selbst kaum fassen kann. Jedenfalls kann ich jetzt nicht darauf eingehen. Aber glaub mir einfach. Wenn ich sage, dass wenn du auch nur einen Bruchteil von dem wüsstest, was sich wirklich abspielt, tja, dann würdest du mir dafür danken, dass ich dich da nicht mit hineinziehe. Und auch wenn es mir ehrlich leid tut, dass du das Gefühl hast, ich würde dich ignorieren und mich nicht mehr für dich interessieren. Es stimmt überhaupt nicht. Ehrlich, nicht im Geringsten. Du bist so ziemlich der einzige wahre Freund, den ich momentan noch habe. Und ich will es wirklich wieder gut machen. Und das tue ich auch. Bald. Ganz bestimmt. Aber im Moment bin ich eben... Ich bin ein bisschen beschäftigt. Weiter nichts. Und was ist mit Damon? Machst du es mit ihm auch wieder gut? Ich sehe ihn an und versuche nicht einmal, meinen Schock zu verbergen. Ich kann echt nicht glauben, dass er mich ernsthaft damit konfrontiert. Bitte bild dir nicht an, dass du mehr wüsstest, als tatsächlich der Fall ist, sage ich ein bisschen barscher als beabsichtigt. Es steckt wesentlich mehr dahinter. Dinge, die du nicht begreifst. Nichts ist auch nur an. Nichts ist auch nur annähernd so einfach, wie es an der Oberfläche scheint. Glaub mir, das hier geht noch weit darüber hinaus. Die Wurzeln reichen verflixt tief. Er blickt zu Boden, bohrt mit der Schuhspitze im Teppich und scheint einen Moment lang zu überlegen, was der richtige Weg ist, mich zur Rede zu stellen. Er den Kopf wieder hebt und mir direkt in die Augen sieht. Und hat irgendetwas von diesen Dingen, die ich offensichtlich nicht verstehen kann, eventuell irgendetwas damit zu tun, dass du... Ich erwidere seinen Blick. Er starre und kann nicht mehr atmen. Das Wort rast mir entgegen und kracht mitten in mein Energiefeld, bevor es auch nur über seine Lippen tritt. Und ich kann nichts dagegen tun, kann weder zurückspulen, noch ihn sonst wieder daran hindern, dass er sagt, dass du unsterblich bist. Er sieht mich durchdringend an. Und ganz egal, wie sehr ich auch möchte, ich kann den Blick nicht abwenden. Mir läuft ein kalter Schauder über die Haut, als er weiterredet. Oder ist es die Tatsache, dass du hell sehen kannst, mit allen möglichen mentalen und körperlichen Talenten begabt bist? Vielleicht ist es aber auch die Tatsache, dass du für immer jung und schön bleibst, dass du nie alterst, nie stirbst, genau wie dein Begleiter Damon, der jetzt schon über 600 Jahre unterwegs ist und erst kürzlich beschlossen hat, dich zu einem Wesen wie er selbst zu verwandeln. Seine Augen werden schmal und er mustert mein Gesicht. Sag's mir, Eva, bin ich auf der richtigen Spur? Sind das die Dinge, die du gemeint hast? Wie hast du... Beginne ich. Doch meine Worte werden von seiner Stimme übertönt, als er fortfährt. Ach, und nicht zu vergessen Drina, die, wie sich herausgestellt hat, ebenfalls unsterblich war. Und dann war da natürlich noch Roman, ganz zu schweigen von Marco, Mise und Ruff, die drei etwas ätzenden Anhängsel, mit denen sich Heaven aus unerfindlichen Gründen umgeben hat. Und nicht zu fassen, dass ich es beinahe zu erwähnen vergessen hätte, unsere liebe Freundin Heaven höchstpersönlich. Und sollte ich sagen, meine liebe Freundin und deine frischgebackene unsterbliche Feindin, obwohl du sie aus eigenem Antrieb dazu gemacht hast? Sind das die Dinge, die ich nicht mal ansatzweise verstehen kann? Ich weiß nicht zu entgegnen. Mir fällt nichts anderes ein, als da zu sitzen und ins Leere zu starren. Und obwohl es mich erschüttert, alles so auf dem Präsentierteller serviert zu kriegen, die gesamten Fakten meines überaus sonderbaren Lebens auf so neutrale, so normale Weise enthüllt zu bekommen, dass es selbst mir nahezu unwirklich erscheint, bin ich doch irgendwie auch ein bisschen erleichtert. Ich schleppe dieses Geheimnis schon so lange mit mir herum, das mir einfach zwangsläufig froher zumute ist, als wäre ich endlich von einer Last befreit worden, die viel zu schwer war, um es allein zu tragen. Doch Miles ist noch nicht fertig. Er hat gerade erst angefangen, also setze ich mich aufrecht hin, konzentriere mich erneut auf seine Worte und muss kämpfen, um ihm folgen zu können, als er sagt, und der Witz daran ist, wenn du mal richtig logisch und systematisch darüber nachdenkst, also, dann liegt es ja wohl auf der Hand, dass ich derjenige bin, der dir aus dem Weg gehen müsste. Ich blinzele und kann nicht ganz nachvollziehen, wer zu diesem Schluss gekommen ist, doch er wird es mir sicher gleich erklären. Ich meine, stell dir mal vor, wie ich mich fühle, wenn ich erfahre, dass die Freunde, die ich so gut zu kennen geglaubt habe, dieselben Freunde, zu denen ich so großes Vertrauen hatte, dass ich alles mit ihnen geteilt hätte, nicht nur überhaupt nicht das sind, was sie vorgeben, sondern einer wie der andere Mitglieder eines superexklusiven, supergeheimen Clubs sind. Eines Clubs, in dem offensichtlich so ziemlich jeder willkommen ist. Jeder außer mir. Er hält inne, tritt kopfschüttelnd an die Vorderseite des Ladens und blickt zum Schaufenster hinaus auf die sonnengesprenkelte Straße. Seine Stimme trägt die lastige Worte, als er neu zu sprechen beginnt. Ich muss dir sagen, Eva, es tut weh. Glaub's mir. Es verletzt mich wirklich und wahrhaftig bis ins Mark. In meinen Augen, und ich denke, jeder andere würde es genauso sehen, aber jedenfalls in meinen Augen sieht es ganz danach aus, als wolltest du nicht, dass ich auch unsterblich bin. Es ist, als wolltest du mich nicht einmal annähern, so lange wie die Ewigkeit kennen oder mit mir befreundet sein. Er wendet sich um, bis er direkt vor mir steht. Mir genügt ein Blick in sein Gesicht, um zu begreifen, dass das hier noch weitaus schlimmer ist, als ich dachte. Und ich weiß, ich muss jetzt ganz schnell etwas sagen, was die Wogen glättet. Doch ehe ich auch nur den Mund aufmachen kann, geht er zur zweiten Runde über, so dass ich mich wieder hinsetzen und darauf warten muss, bis ich an der Reihe bin. Und weißt du, was mir echt am meisten zu schaffen macht? Weißt du, wer sich schließlich dazu bereit gefunden hat, mich über all das zu informieren? Er tut so, als würde er eine Antwort von mir erwarten. Doch den Gefallen tue ich ihm nicht, da die Frage andeutig rhetorisch ist. Das hier ist sein Auftritt. Sein Text. Ich habe nicht vor, ihm die Show zu stählen. Die einzige Person aus eurer ganzen Supergeheimen gegen der Ewigschönen. Der einzige von euch allen, der bereit war, offen und ehrlich mit mir zu reden, ohne mir irgendetwas zu verschweigen oder mir einen Bären aufzubinden. Der einzige, der mir offen in die Augen gesehen und mir alles gesagt hat, war erstaunlicherweise. Und auch ehe er zu Ende gesprochen hat, ehe er den Namen aussprechen kann, weiß ich es bereits. Damon. Ich muss an den Moment denken, als Miles über Henni das Porträt geschickt hat, die er in Florenz entdeckt hatte. Die Porträts, auf die ihn Roman praktisch mit der Nase gestoßen hat. Wie Demons Finger zitterten, als ich ihm das Handy gab, wie seine Augen schmal wurden und sein Kiefer sich verkrampfte, als er so tapfer die plötzliche Enthüllung seines Jahrhunderte alten Geheimnisses akzeptierte. Wie er geschworen hatte, Miles reinen Wein einzuschenken, mit dem Versteckspiel und den Lügen aufzuhören und alles offen zu legen. Doch niemals hätte ich gedacht, dass er das wirklich wahrmachen würde. Damon, bestätigt Miles und nickt nachdrücklich, ohne jeden Blick von mir zu wenden. Und wenn du in Betracht ziehst, dass ich ihn, wie lange, erst kenne? Nicht einmal ein Jahr? Jedenfalls kürzer, als ich dich kenne, das steht mal fest. Und auf jeden Fall viel, viel, viel kürzer, als ich Heaven kenne. Und trotzdem ist er derjenige, der es mir gesagt hat, obwohl ich viel, viel seltener mit ihm rede, als mit euch beiden, ist er derjenige, der ehrlich zu mir gewesen ist, obwohl er immer mehr ein ruhiger Typ war, der für sich selbst geblieben ist. Und jetzt weiß ich auch warum. Aber egal, obwohl wir nie richtig dicke Freunde waren, wie man so sagt, ist trotzdem er derjenige, der mich wie einen wahren Freund behandelt hat. Jemanden, dem er Vertrauen schenkt und auf den er sich verlassen kann. Er hat sich einfach mit mir hingesetzt und es mir erklärt. Die Wahrheit über dich, über ihn, über, über alles einfach. Miles, beginne ich zögerlich, da ich nicht genau weiß, was ich sagen soll und mir unsicher bin, ob er mir überhaupt zuhören wird. Doch als er mich mit herausfordernd, hochgezogener Braue ansieht, weiß ich, dass er es tun wird. Bevor ich allerdings überhaupt damit anfangen kann, bevor ich mit der langen Latte von Gründen dafür, warum ich ihn im Dunkeln gelassen habe, loslegen kann, all den guten und triftigen Gründen dafür, warum er froh darüber sein sollte, dass man ihn im Unklaren gelassen hat, muss ich es selbst sehen. Ich muss sehen, was Damon ihm gesagt hat, die genauen Worte, die er benutzt hat. Und was noch wichtiger ist, warum er beschlossen hat, ausgerechnet jetzt alles preiszugeben, da er doch mit Sicherheit einiges davon bis später hätte warten können, sogar bis viel später. Einen Moment lang schließe ich die Augen und lasse meinen Geist mit seinem verschmelzen. Ich weiß, dass ich damit mein Versprechen breche, niemals die innersten Gedanken oder Erinnerungen meiner Freunde auszuspionieren, außer wenn es unbedingt nötig ist. Mache aber trotzdem weiter, da ich unbedingt wissen will, was an diesem Tag gesprochen wurde. Die Worte Verzeih mir füllen den Raum zwischen uns, der uns trennt, sie erblühen und wachsen, bis ich förmlich die Buchstaben Gestalt annehmen sehe. Ich hoffe, er spürte die Worte auch und findet bald einen Weg, um mir das zu verzeihen, was ich jetzt gleich tun werde. Ich hoffe, Vielen Dank.